So 30.10.23, alte Töpferei in Tausch. Ich bin von daher gekommen und werde jetzt mal mit dieser Schiene folgen. Jetzt gucken wir uns erst mal das Ding hier an. Nicht mehr viel drin. Abgedeckt, versucht abzudecken. Das Problem ist, ich bin mir nicht zu 100% sicher, ob sie verlassen ist. Die sieht zwar schrecklich aus, ist noch ein Sturzgefährd, aber am Tor stand eine frische Palette von irgendwelchem Zeug. Was ein bisschen unüblich ist. Versuchen wir mal irgendwo reinzukommen. Das ist sie. Das ist diese große Schiene compartiert. Ja. Das war's. Wie lange das vorher ist? Speisen und Getränke. Oh, da oben sind halt auch noch 90 Jahre deutsche Tonwaren vorbei. Ein Fuchs, nur ein Fuchs. Ich hoffe nicht, kein Wildschwein. Glasuraufbereitung. Das sind eigentlich auch was. Warte mal. Ich glaube, ich habe ziemlich nah jemanden dran. Deswegen muss ich mich vorsichtig bewegen. Ich werde mich nicht hier durch bewegen, sondern links und dann an die andere Seite gucken. Okay. 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 Scheiße, ich dreh um, ich seh Autos. Leider nicht mehr drin, es ist super lebt, es grenzt direkt an. Ja, das sehe ich schon. Ich sehe schon, dass ich hier wieder rauskomme, tut mir leid, aber 15 Meter von mir entfernt auf der Insel. Tut mir Herz nicht, aber es ist mir zu heiß. Ich hoffe, das, was jetzt zu sehen war, war interessant genug. Ich weiß nicht, dass ich hier rauskomme. Ich kann es nicht mehr rauskennen. Das ist ja weg. Tut mir leid, dass ich hier das Licht anscheite. Ich muss hier wirklich dringen längst, ich muss hier wirklich aufziehen, es ist einfach zu nah dran. Soll ich das Licht anscheinend? Nee, ist mir zu belebt, zu beleid. Ach, Scheiße. Siehste? Ehen so einen Schritt weiter hinten und ich werde dran gewesen. Da gibt es noch ein paar Gäste. Ne? Da gibt es noch einen Gäste. Da gibt es noch einen Gäste. Naja, war das jetzt ganz kurz. Gut, die ist zubelebt im Hinterhof, sägen Leute raus, da habe ich keinen Bock drauf, das ist mir zu krass, zu riskant, deswegen endet es hier, leider, das war's noch heute, mehr muss ich nicht mitmachen, war ein Kurztrip, vielleicht waren ein paar interessante Bilder dabei.